Er hat halt kein Glück mit den Frauen und so bedauert der 80-Jährige nur eines. Ja, es ist schade, dass man nicht schon 10-Jährige als Freundin haben kann. Was? Hat er da gesagt? Schade, dass man nicht schon 10-Jährige als Freundin haben kann. Manchmal weiß er wirklich nicht, was er redet und ich weiß auch genau, er hat so nicht gemeint, weil er trägt immer sein Herz auf der Zunge und die Zunge ist leider immer schneller als es da oben. Und da spudelt so etwas heraus, auch in Verbindung mit ein bisschen zu viel Alkohol. Da kann sich seine Ex-Frau noch so sehr um Schadensbegrenzung bemühen. Für eine solche Aussage gibt es keine Ausrede. Es sei denn, man weiß, dass Richard Lugner oft was sagt und dabei an etwas anderes denkt. Er sagte zwar... Ja, es ist schade, dass man nicht schon 10-Jährige als Freundin haben kann. Und wollte damit eigentlich sagen... Wie ich 10 Jahre war, habe ich mich in ein junges Mädchen verliebt. Beim Eislaufen hat mein Vater gesagt, wäre das was für mich. Und da hat er mir aber gesagt, ich kann sie nicht heiraten. Irgendwie ist Richard Lugner selbst noch ein Kind, allerdings das älteste der Welt und damit der lebende Beweis, dass die Weisheit nicht mit dem Alltag kommen muss. Das sarà für mich. Vielen Dank.